Ich hab zum ersten Mal Traitor, yeeey! Du hattest zwei Mal hintereinander Traitor, jetzt reicht's aber wieder. Okay, dann bist du jetzt auch wieder Traitor. Das ist ein böses Ohm. 100% Hi, Quizzix. Hi, Mocha. Er schießt, er schießt, Quizzix! Ah, innocent. Genau, ich bin Detective, aber egal. Ja, Gruntl ist es. Er hat schon wieder so scheinheilig gesagt. Turu, 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 komm mit. Beschütz mich, komm mit. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Der Gruntl Bart. Pass auf, der Gruntl ist hinter dir, der ist hinter dir. Der Turu ist es, pass auf, der Turu ist es. Wenn ich sterbe, dann ist es Turu. Ich war zwei Mal hintereinander, Gruntl. Habt ihr das gehört, was Gruntl Bart gesagt hat? Jawoll! Und dann sagt, oh nein, ich bin wieder innocent. Muka ist auch noch dabei, dann ist es Muka und Gruntl sind. Hier geht's ja jeder einmal rein. Warum? Ja, der nächste. Sag doch, Gruntl Bart. Gruntl Bart und Muka. Hier rein, Gruntl. Okay. Muka, geh rein. Das ist kein Traitor-Tester, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht was passiert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht was passiert. 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 Töte Gruntl. Töte Gruntl. Töte Gruntl. Glaub mir. Töte Gruntl Bart. Töte Gruntl Bart. Töte Tudu. Du Wichser, wenn du mich jetzt tötest. Der schießt mich jetzt ab, der schießt mich jetzt ab. Der Tudu tötet mich jetzt. Warte, warte. Muka. Kommt mal mit, komm mal mit. Warte, was bist du für ein Detektiv? Ich fühl mich unsicherer als ohne dich. Gruntl, nicht fliehen, mit den anderen mitgehen. Jeder einmal rein. Wohin soll ich denn? Hinter dir. Dailang. Mit komm, mit komm. Wo? Hier. Dailang. Ich fühl mich nicht wohl, wenn du hinter mir rennst, Mann. Rechts. Genau. Dailang. Dailang. Was ist das jetzt hier? Der wird getestet. Der wird getasert? Weiß ich grad nicht. Der schießt mich ab, wenn ich rauskomme. Der schießt mich ab. Der ist jetzt der nächste. Das heißt Gentle Bart. Nein! Gentle Bart läuft weg! Gentle Bart läuft weg! Mucca ist aber... Nee, Mucca ist aber... Nee, Mucca ist aber... Ich hab den abgeschossen. Ich glaub nicht, dass du in dem Fall deinen Kollegen umbringen würdest. Aber... Aber ich... Wenn... Wenn es Mucca ist, könnte er uns beide easy noch mal trennen. Wie komm ich denn hier raus? Außerhalb der Scheune, da gibts einen langen Gang. Entweder Fabi oder Kevin. Entweder Fabi oder Kevin. Fabi, bist du Traitor? Kevin, was hast du die ganze Zeit gemacht? Ich bin hier an der Scheune und komm ja nicht zu euch irgendwie. Keine Ahnung. Weil du es so lange im C-Menü brauchst oder was? Ja! Erstmal gerade die ganzen Infos dazu durch. Oh mein... Interessant. Okay. Also... Tutu und Mucca sind safe. Also fehlt nur noch Kevin und Fabi. Fabi oder... Kevin. Entgegenüber von euch im Haus. Ja. Wie schreibt man... Äh... Innocent rückwärts? Wieso willst du das wissen? Das ist voll gay. Aha. Oh. Kann man einfach jeden fragen. Ja, dann verschreib es doch. Dann ist es doch einfach. Ist da hinten? Da ist der Mucca. Ich geh mal Kevin abholen. Ich geh mal Kevin. Ist doch cool. Finds nicht. T-N-E-C-O-N-N-I. Was? Ah, ich hab ihn gefunden im Gang. Ok. Was!!! Du hast... T-N-E-C-O-N-N-I Das hat dabei lange gedauert. Das hat dabei lange gedauert. Das ist übrigens echt falsch. T-N-E-C-O-N-I Ja. Genau. Nein, du hast das eh vergessen, Junge. Nein, hab ich nicht. T-N-C-O-N-N-I T-N-C-E-O-N-N-I Beides falsch. A-B-C-E-E-F-G Barbie ist es. Ich bin's nicht. Doch, Kevin ist so zu... trusted. Kevin, wo bist du? Wo bist du bei mir? Hier, komm mit. Hier ist der Ausgang nebenbei. Barbie ist es. Da fang bitte vor mit deiner Stadt. Barbie ist es. Dafür deine dämliche Frage, Quisic. Quisic ist tot. Das ist voll unfair ohne Spaß. Goll. Wo ist der? Ist der da im Haus? Der ist in dem Haus glaube ich noch, ja. Ok. 57 Sekunden. Oh, sorry Kevin. Nein, 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 nein. Sorry, 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 sorry. Nein, sorry. Du du ist es glaube ich. Nein, ernsthaft. Ich schießt er noch nicht. Ich bin bestätigt. Ich war in dem Test drin. Ich habe ja auch aufgehört, Kevin. Der ist in dem Haus. Fabi ist es. Wo ist Mucka hin? Mucka, lebst du noch? Scheiße, der hat Mucka erwischt Kevin. Oder ist es Kevin? So gemeinte Frage, ey. Ich sag Kevin, es rettet mich, wenn da jemand lebt. Kevin, du verschissener Schweinepriester. Wer ist es denn jetzt von euch, Alter? Bestimmt Grandelbart ist es. Hier haben jetzt alle auf mich geschossen, mal so ein bisschen. Lass mich jetzt vom Auto überfahren, ich hab keinen Bock mehr auf euch. Geht's weg? Ich hab überlebt, so. Ich hab gewonnen. Ah, jetzt gibt's auch noch Overtime hier für eure Unfähigkeiten. Wer ist auf dem Dach? Wer ist denn auf dem Dach? Wer auf dem Dach ist jetzt gut. Ja, ja. Warum hast du dann auf mich geschossen? Kevin? Ah, jetzt ist er auch tot. Oh mein Gott, Tudo hat gewonnen. Das erste Tor! Ich hab das erste und einzige Mal gewonnen. Yeah. Respekt. Respekt. Also Kevin, du warst es echt, nicht? Ne, ich war es nicht. Warum hast du dann danach dringlich nochmal auf mich geschossen? Ja, aber ich war es nicht. Du schießt direkt auf mich, dachte mir so, holy shit, was geht denn? Ja, ich dachte erst aus dem Haus raus und kommt jetzt von der Seite. Ah, okay. Wer fuchtelt denn da rum? Ich bin schon wieder hier hinten, Mann. Ich bin wieder scheiß Scheune, Alter. Ja, ja, ich bin auch an der Scheune. Raiderspawn? Die Scheune, die ist echt voll überflüssig gemacht. Ja, wenn ich sterbe, dann ist es Kevin, weil er auch an der Scheune ist. Ja, komm mit. Weißt du den Weg? Ja. Ich weiß den Weg. Ich bin mal eine vernünftige Waffe hier. Ich bin unschuldig. Ich hab da Innocent draufgeschrieben, damit er nicht mehr bekommt. Ich auch. Anderbar ist bei mir. Ja, Kevin ist bei mir. Ich bin Detektiv. Ich bin sauber. Hier, vor. Musik ist hinter mir. Junge, ich kehr dir den Rücken, Alter. Wenn ich sterbe, ist es Kevin. Wow. Ich hatte fast ein Auto überfahren. Wenn ich sterbe, ist es Kevin. Wenn ich jetzt nichts mehr sage, ist es Kevin. Sag mal was. Was jagt ihr da hinten alles in die Luft? Boah! Wie Fässer. Hier ist Tudu. Wow, irgendwas brennt. Ich bin Detektiv. Wer ist da grad gestorben? Der Kapitelbart. Wieso ist der gestorben? Der ist sowas vom Anfang. Der wurde nicht überfahren, das stimmt nicht. Doch. Doch, der wurde überfahren. Nee. Doch. Der muss ja mitgenommen werden. Der brennt bei mir. Wieso schaut denn bitte mal keiner nach, wie der gestorben ist? Quisic war das. Quisic war das. Quisic war das. Hundertprozentig Quisic. Was? Ich glaub... Ne, der ist überfahren worden. Fabi, du willst mir eine reindrücken. Der wurde echt überfahren, das steht da. Ja, dann tut ihn doch mal entdecken hier. Ja, da steht doch. Boah, hier. Der ist gestorben. Over by a reckless driver. Ja, ja, Mucca. Genau. Kevin schießt. Jo, Kevin schießt. Mucca macht nichts. Mucca ist es. Hundertpro. Was für Mucca? Ich hab den... Geht mal alle weg von der Leiche. Geht mal alle weg von der Leiche. Ja, genau. Mach du mal bitte, Tudu. Ich bitz nicht. Dass du mich abschießen kannst. Hier ist Kevin. Und Quisic. Hats mich mal. Kevin ist es. Der hat grad geschossen. Alter, der wurde... Der wurde ernsthaft überfahren. Ja. Der ist wirklich hier. Der wurde ernsthaft überfahren. Wow. Ich war angefangen. Also ich glaub, dass es Quisic ist. Ich hab wenig Munition. Du glaubst sehr viel. Er war eben dort in dem Bereich, wo die Bombe explodiert ist. Die war in diesem Haus. Ne? In diesem... In diesem roten Haus. Ich war... Auf dem Dach ist einer, Tudu. Ich bin hier. Lauf mal weg, Kevin. Bleib hier in der Ecke. Du hast nur für die komische Waffe jetzt gewechselt, Kevin. Sag mal. Granate vom Dach. Granate vom Dach. Mucca ist es. Ich bin nicht. Doch, du bist auf dem Dach. Ich steck hier fest. Nein, du bist es. Hundertpro. Ich... Wie ist er am Dach geflogen? Ne, Mucca-See traut dem nicht. Ich bin im Haus, Mann. Fabi ist bei mir. Fabi ist bei mir. Du warst auf dem Dach. Physics ist hier. Pass auf. Kevin ist auf dem Dach. Ey, hättest du mich nicht gegen... Ich kann auch sagen, dass du das bist. Fabi ist hier. Ach so. Ich glaub Kevin ist nicht. Kevin ist nicht. Mucca ist da. Da ist er. Quisic schießt. Okay Quisic und Mucca. Wieso ich denn? Weil du nicht auf Quisic geschossen hast. Ja, weil ich den nicht gesehen hab. Ich hab nur einen gesehen. Was? Nein! Nein! Tudu! Ich hab Tudu getötet. Warte, wo oben tötest du denn? Ich wollte dir helfen, auf Quisic zu schießen. In dem Moment gehst du nach rechts und ich schieß auf dich. Der Fabi hat mich durchschaut. Nein, ich hab ein Standbild. Nein! Hey Quisic, wo bist du? Ne Quisic ist tot. War das Mucca, der jetzt gestorben ist. Naaah, 6 HP Mann! Das Scheiß-Out am Anfang! Hab mich überfahren! Ganz am Anfang! Ich musste 100 Jahre zugucken. So eine Scheiße! Das ist geil, Mann. Oh Mann. Quisic, hattest du die Bomben platziert? Oder war das... Mucca. Mucca. Aber Mucca, du hast ja auch die Granate untergeworfen. Ja, ja. Ja, okay. Also ich wollte fliehen und da gibt's so ein Fenster, was aufgeht, wo man aufs Dach kommt. Und das ging nicht mehr auf. Weil ich mich da festgebugt hab. Achso, deswegen hast du ja gesagt, du gingst fest. Hast du das stimmt? Weiß. Ich bin in der Scheiße Scheune gespawnt. Was ist denn das hier? Nach dem Ausgang. Wie lange geht denn die Runde denn noch? Weil ich muss jetzt echt gleich aufhören, Leute. Ich glaub ein, zwei Runden noch und dann ist Ende. Dann zusammen sind das sie mit Runden. Du Map. Also Map changest... Wir zocken auch schon ordentlich lange, ne? Wir zocken auch schon ordentlich lange, ne? Noch drei Runden. Noch drei Runden. Aber wenn ihr wollt, können wir nach der hier Schluss machen. Ich find, das machen wir uns zu Ende, oder? Komm. Na komm, Tudu. Gib dir einen Ruck. Ja okay, Grantl warte und Kevin ist es los, tötet sie. Weg von mir, Grantl. Tudu schießt du. Mann, ich find keine Waffe, Alter. Tudu hat geschossen. Ich hab gar nicht geschossen. Du weißt nicht mal, wo ich bin, Junge. Nein, Muka, hör auf. Ich weiß genau, dass du gerade gerade... Wenn ich sterbe, ist es Kevin. Wenn ich sterbe, ist es Kevin. Tudu schießt. Hey, wer war da? Kevin ist es definitiv, weil der ist gar nicht in meiner Nähe. Quisix hat den Detective getötet. Was? Nein! Der ist hier ganz vom Dach getötet. Quisix hat den Detective getötet. Das ist gar nicht wahr. Tudu stand neben mir. Nee. Hey, was klar? Wer war der Detective? Fabi. Fabi. Und Quisix hat ihn getötet. Wo ist er? Wo? Der ist hier. Habt ihr ihn? Habt ihr ihn? Wie habt ihr ihn? Der ist tot. Wie habt ihr ihn? Warum macht denn Kevin so einen Aufscheinung eigentlich? Kevin ist es. Der behauptet. Der behauptet. Der behauptet. Der behauptet. Tudu schießt. Du hast geschossen. Ich hab auf Kevin geschossen, du Idiot. Nein! Wer war's? Kevin? 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 Ach, Grantil, du bist ja auch tot, ne? Ja. Grantil Bart war... Hä? Wieso kriegst du ihn nicht confirmed? Ich bring mich immer selber um. Das war er nicht. Das war so traurig. Aber hast du mit mir, das hast du gut gemacht, Grantil? Ja, ne? Du Bastard, du hässlicher. Grantil Bart war Traitor. Wie so ein hässlicher Kevin, ne? Oh, du schießt auf mich! Darf niemals deiner Mutter begegnen, Grantil, ne? Ja! Ich komm ins Gefängnis, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Kevin? Du bist der Letzte. Alles knarzt hier. Was ist der Letzte? Du? Ich? Ne, du? Ja. Ne. Bist du nur noch zu zweit? Was ist... Quatsch. Wo bist du? Komm. Nein. Langweilig. Echt mal Kevin? Es ist so langweilig. Was ist los bei dir? Los jetzt. Wo bist'n du? Ich lauf' hier rum und suche dich. Ich auch. Na, es ist bestimmt hinter so'n Container oder so und wartet nur, dass ich in die Ecke komme. Sind bestimmt beide Traitor und die Runde ist schon lang vorbei, nur endet nicht aufgrund des Bugs. Was? Ne, ich bin innocent. Ne, ich bin innocent. Oh Mann, dead aim. Dead aim. Innocent und inner blind. Nein. Ah, ich kann sogar ein bisschen. No. Was besser ist für mich? Du bist nur im Waffenladen. Da gibt's bestimmt was Besseres für dich. Jetzt nimmt er die Einzelfeuer. Weil die ist viel auf so einer Distanz. Leute, wie kann der zoomen? Na komm. Ich suche mir noch was anderes raus. Ich hab ja Zeit. Das ist ein Sniper. Na. So, jetzt one on one. Kevin, das Geheimnis ist, auf den Spieler zu zielen. Warte, ich hab'n wo nicht. Kann ich damit nachladen? Ne. Ja, der wird immer nicht so. Wir machen mal eine Ego-Perspektive. R. R für Rego-Perspektive. Ist ja logisch. Boah. Ah. Du hast auch spät geschossen. Warte, ich muss eben Munition holen. Warte mal ganz kurz. Warte doch, hab ich gesagt. Wir haben auch keine Munition mehr. Oh Leute, jetzt geht ihr in den Knife-Fight oder was? Oh Vorsicht, Kevin hat den Raketenwerfer. Wow. Ich bin gerade zur Tür raus und wollte rüberkommen. Was? Ich bin gerade zur Tür raus und wollte rüberkommen. Mokayo was the first kill. Das gefällt mir gar nicht. Der Todesschrei, Alter. War geil auf jeden Fall. Das war voll gelogen, ich war der erste Tode. Da oben steht... Tode? Was? Warst du der erste Tode? Dafür war Tudu der erste Todo. Deine Mutter, ihr Arsch ist der erste Tode. Der ist auf meiner Liste. Ja, der Todo ist schon gleich gereicht zu surfen. Ja, wie könnt ihr das spielen und euch danach noch ganz normal unterhalten? Quizzix, lass den mal auf. Warte, warte, mach nochmal auf. Quizzix, mach auf. So ein bisschen chillen. Versuchen zu chillen. Hast du? Oh, ich brenne. Oh, voll. Oh, guck hier weg. So, ich bin confirmed, ich bin Detective. Direkt die Scheune raus. Oh, bist du ein Arsch, ne? Ja, du hast die Tür nicht aufgemacht. Ich hab... Ich wurde angeschossen. Tode wurde angeschossen. Ich bin an der Scheune, ich bin an der Scheune. Mir passiert nicht. Hast du grad was eingekauft? Nee, ich hab Dings aus Versehen Waffe fallen gelassen. Beim Einkaufen. Kevin, ist es hundertprozentig? Meinst du? Ja, du hast mich grad angeschossen. Das würde nur ein Traitor tun. Auf dem Dach ist einer, wärst du auf dem Dach? Ich bin das. Ja, ja. Und Quilzix. Quilzix war grad im Traitor-Shop. Was? Nein! Quilzix, ich möchte, dass du die Sauce verlässt. Ich hab das gekauft. Ich schieß mal auf die aufm Dach. Ich schieß jetzt auf Kevin. Kevin, Kevin. Kevin hat mich angeschossen. Kevin ist es! Kevin ist Traitor. Identifizier seine Leiche. Er war innocent, das darf nicht wahr sein. Da oben ist grad jemand gestorben. Wer liebst du noch? Okay, Quilzix ist es. Kevin, warum machst du so eine Scheiße, Junge? Wenn ich sterbe, ist es... Wie heißt der noch? Azeiren? Ich hab das Ding ins auf Kevin geschossen. Azeiren! Was? Nein. Ich doch nicht. Warte, ich geh mal kurz gucken, ob ich Mukas Leiche finde. Oh, oh, oh. Ich mach nix. Oh! Dahinten ist der letzte Traitor. Oh, oh. Mit nem Stick, alter, mit nem Stick. Nein! Bastard. Noch nem Bastard hinterher gebrochen. Das war der Geist. Leute, ich kannte mich einfach umschießt, Mann. Warum? Du hast dich total verdichtig verhalten, Junge. Ja, ich mach das immer. Ich mach das gerne. Mir macht das Spaß. Arschloch. Aber der Kevin schießt einfach mich an. Ohne jeglichen Schund. Du hast es nicht, ja? Muka? Ich denke nicht. Nicht? Wo bist du, Kevin? Sag ich nicht, wo ich bin. Äh, nicht Kevin. Fabi. Ich kann nichts kaufen. Der Spectator Modus langweilt mich. Man spielt auch Paint so lang. Paint? Oder... Wie heißt's? Curve Fever. Curve Fever ist voll geil, ja. Ja, Mann. Kennst du das auch? Hat mir durch viele traurige Stunden geholfen. Curve Fever und Haxball hab ich dir gezeigt. Guck mal, so haben wir live stream mit Zuschauern gemacht. Junge, Junge, weißt du was? Ja. Der Großen oder auf der Kleinen? Auf der Großen. Mit diesen bezahlten Icons. Wir hatten einen. Ah, die sind krass, ey. Wir hatten einen, der hatte so alles da. Das war voll krass. Der konnte Kurven fahren, glaubst du gar nicht. Lauf mal bitte nicht am Arsch der Welt irgendwo lang. Weil sonst dauert das viel zu lange. Ja. Wir wollen das nämlich auch mal hochladen. Okay. Ich hab aimt. Ja, dann hat die Shotgun die Vorteile. Wer hat das grad gesagt? Kommt? Eine Runde noch. Ich? Du bist? Kennst du meine Stimme nicht, du arroganter Sack? Nee. Das ist der Torstehmer. Grantelarsch. Ach so. Echt? Er nennt sich selber Grantelarsch, geil. Das muss ich rausschneiden und als Intro nehmen. Halt's Maul. Das kommt dann zum Intro. Wer bist du? Grantelarsch. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Grantelarsch. Hallo und herzlich willkommen zu Grantelarsch. Heute mit Trouble in Terroristown. Und dann jedes Mal, bist du Traitor? Nein, ich bin Grantelarsch. Ich bin der Grantelarsch. Du wirst auch schon ganz schön gefrustet, oder? Sonst würdest du sowas nicht sagen. Ja, hier ist es irgendwie ziemlich warm. Ich hab mein Fenster schon die ganze Zeit zu, damit die Nachbarn ihre Schnauzeiten. Hast du Schwitzwasser in deinem Grantelarsch? Ja. Immer. Nein, mach die Tür zu. Junge. Oh, da oben ist was explodiert, pass auf. Warum verhältst du dich so verdächtig, obwohl du Direktiv bist, Junge? Wo ist denn der Kevin überhaupt schon wieder? Im Keller. Was machst du denn da? Im Keller. Der gehört doch hin. Wirst du dann in deinem C-Menü wieder rumspielen, oder was genau? Keller, Kind. Aua. Da hinten hat einer geschossen. Gantelarsch. Physics hat geschossen. Ich hab ne dicke Waffe. Das sieht aus wie Zett und Brand. Oh, wie mein Spray wieder ganz unten ist. Das ist untergearbeitet. Das ist glaube ich nur bei Tradern ist das immer oben, oder? Da. Hä? Da ist eins ganz oben. Da hat einer eine Bombe platziert. Das ist das ganz billigste. Da hat einer eine Bombe platziert. Standard Spray. Oh. Ich weiß nicht, ich hab nen Piep hier gehört. Beim Mucker oder was? Komm mal alle hier. Ja, ganz bestimmt. Da ist bestimmt deine Bombe. Ich bin Detective. Ich bin Detective. Achso. Ich befehle euch alle hier hinzukommen. Okay. Hier hin. Oh, Auto. Oh, die hat es. Du hast das dann überfahren worden, Mann. So. Kevin, du bleib stehen. Mucker, denk an die ich hier hab, ne? Du nimmst jetzt die dollen Gun, die da liegt mit E. Mit E? Und du schießt Tudu an. Warum der? Tudu, bleib stehen. Warum der, Alter? Muss ich das wirklich tun? Nein, warte. Kevin ist es. Kevin ist es. Kevin ist es. Kevin ist es. Was? Fuck, Mann. Ich war es zwar nicht, weil ich hab Tudu getötet. Ja, ich weiß. Aber wir waren überführt. Tudu war tot. Ja, ich hab überlegt, soll ich noch schnell Kevin abschießen oder war schon zu spät? Yo, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst euch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video und unten den letzten TTT-Part. Haut raus! Bis zum nächsten Mal.